Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RoamTool War 2 mit Sparta. Wir sind gerade so groß, haben diese Feinde immer noch und machen die platt. So, genau hier ist ja bald was los, den hab ich hier hingeschickt, ein Gewaltmarsch, nein, nein, gut, der hockt hier, ach der geht jetzt auch runter. Macht es Sinn den runter zu schicken? Ja, wahrscheinlich. Gut, dann schicke ich den mal runter. Kann eigentlich hier ein Gewaltmarsch sein. Genau, weil hier in der Gegend ist ja niemand und der ist, selbst wenn er hier hochkommt, wird er nicht gefährlich. Wo ist denn hier, ach nee, das ist bei der Makedonien-Kampagne so. So, dass hier Sparta mir immer Pies hacken will. Und da sind eben ganz viele Flotten und so weiter. Genau. So, der geht gleich hier weiter, würde ich sagen. Sehr schön. Der kann nix machen. Der ist gerade hier hin. Ah, genau, da hab ich in letzter Runde das, ähm, die, die Ding erobert. Genau, hier hab ich alles gemacht. Entschuldigung, dass ich, äh, also, wenn ich eine, ähm, Pause mach, beziehungsweise wenn ich eine Aufnahmesession mach, muss ich danach halt auch immer schauen, was ich, äh, gemacht hab, ne? Ist, glaub ich, klar. So, der hat noch keine Garnison, das ist nicht so gut. So, Glüke. Du hast was bekommen? Geheim Aktion. Wow. Die beiden bekommen nix. Der bekommt auch nix. Und weiter geht's. So, ja, gestern hatten wir den ersten Stream. Ähm, ich war wirklich richtig krass aufgeregt. Ähm, vor allen Dingen, ähm, am Anfang, so wie, ähm, für die, die nicht da waren, also ich glaube, drei, drei oder vier waren, äh, von hier vom Channel rübergekommen, oder sind vom Channel rübergekommen, was mich mega gefreut hat. Ähm, waren sogar mehr als ich dachte. Ich dachte, ich, ähm, ähm, stream einfach nur mit meinem Mod zusammen und mit, äh, einer Freundin von mir, also, dass wir einfach zu dritt sind. Und, äh, zum, also, wir waren dann, in der Mitte waren wir so sieben Leute. Das war mega cool. Ähm, ähm, er will mich besiegen. Okay. Äh, ich hätte sprechen sollen. Naja. Ähm, ähm, genau, es hat mega, mega Spaß gemacht. Und, ähm, am Anfang haben wir ja Acted Out gespielt. Das, äh, ist so ein Spiel, ähm, wo, äh, ich was zeichne und, äh, der Chat muss quasi raten, was, äh, ich gerade zeichne. Also, wie Activity, wenn das, äh, jemand von euch kennt. Und, äh, ich könnte mich irgendwie da zum Berg schleichen. Ähm, genau, also, wie Activity, nur halt auf, äh, Steam, äh, nicht auf Steam, sondern, also, ja, das Spiel gibt's auf Steam, aber auf Twitch eben. Und, äh, das macht ultra viel Spaß, also hat mir sehr viel Laune gemacht. Und, ähm, es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, natürlich von da. Natürlich kommt, äh, die Hauptarmee von hier. So. Gut, natürlich kommt ihr von hier, aber wir sind hier vorbereitet. Das ist ganz gut. Na, kommst du, kommst du, kommst du. Seid ihr bereit? Runter, runter. Ah, das war zu spät. Ihr Doofen. Kommandant. Hopp, eine voll Angst. Spanker. Da kann's, aber der Rebe rein. So. Spanker. Was auch, ähm, richtig cool war. Also, ähm, beziehungsweise, ähm. Spanker. Ähm, ich wollte ja noch erzählen, was, ähm, nicht ganz so gut lief. Ähm, und zwar, ähm, das hat ne, also extra ne, ähm, ähm, äh, extra eine Webcam gebraut. Weil man kann nicht, ähm, eine Webcam, also nicht ohne weiteres, eine Webcam für verschiedene Sachen nehmen, äh, benutzen. Und, ähm, ähm, genau. Und dementsprechend war das ein bisschen schwierig, ähm, weil meine Webcam war über, äh, OBS eben angeschlossen. Und deswegen konnte ich da nicht viel machen, ähm, bis ich halt, äh, zu den, zur Idee gekommen bin, einfach, ähm, ja, ein Programm runterzuladen, das, äh, mir erlaubt hat. Ach, du, Kacke. Ähm, das mir erlaubt hat, ähm, das eben zu machen. Also, das hat quasi meine Webcam geklont. Und dann konnte ich das alles machen. Äh, hier ist es gerade ein bisschen, ähm, interessant. Das wird gerade sehr interessant. Das wird gerade super interessant. Also, mein General muss gerade, äh, nein. Ähm, muss gerade sehr viel aushalten. Diese Wurf, äh, Wurfsperre immer. Sind sehr gemein. So, du bist auch rein. Warte, wir sind hier mal rein. Ihr könnt mal zum General gehen. Ihr geht mal da rauf. Genau, die schießen hier rein, was eigentlich nicht ganz so positiv ist, glaube ich. Ich werde hier sehr viel gegen meinen eigenen General begehen. Seid ihr mal fertig? Ja, Bürgerkabellarie halt. Ich bin halt von der Kavallerie vom, äh, von der makedonischen Kavallerie voll voll verwöhnt. So, ihr müsst mal ein bisschen Dampf machen, sonst, äh... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schämtlicher Arzt. Warte, ich stelle mich mal so hin. Die sind jetzt fertig. Die bauen es mal da rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist, äh, nicht gut. Äh, was, was, nein? Hör auf. Das ist gerade, äh, nicht sehr positiv. Das ist ein schämtlicher Arzt. Das ist ein schämtlicher Arzt. Okay, wir schießen mal da rein. Ich habe zu spät die zweite Armee gemerkt. Mein General ist jetzt auch nicht ganz so happy. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schämtlicher Arzt. Okay, das verliere ich halt wirklich. Krass. Aber ich habe mich auch sehr dämlich, äh, aufgestellt. Also, ich habe mich sehr offensiv aufgestellt. Das war das Problem. Okay. Hier muss ich noch abholen. Können wir mal vorspüllen. Gut, das war, das war sehr schlecht. Das war meine, meine, meine Hauptarmee quasi. Das war meine Hauptarmee für Spanien. Die war ja auch. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Das tut halt richtig weh, ne? Das tut richtig weh. Ich habe hier ja kaum welche ausgelöscht von denen. Hm. Na schön. Okay, der vernichtet die komplette Armee. Wow. Okay, das hat mich überrascht. Aber, ich muss sagen, ich bin nicht... sauer, ne, ähm, ich bin... Ja, ich habe gerade eine Armee verloren, jetzt seit dem Rand. Ähm... Ich finde es cool. Also, ich finde es cool, dass, äh, äh, ähm, dass die mal zurückschlagen. Gut, ähm... Ver... Ah, verlorene Liebe, warte. Ähm, äh, der dumpfe Kopf sieht seinen Fehler nicht und besteht darauf, dass sie die einzige Frau für ihn ist. Minus 20 Krabbeld ist. Wow. Was für ein Idiot. Gut, ähm, dann switchen wir das mal. Ich will hier dann eine neue Armee aufbauen, ist ja klar. Gut. Spartas Mythos geht jetzt dahin. Die, ähm, ja, machen das mal automatisch. Und... Dann gehen sie mal nach Genua weiter. Ähm... Du holst dir jetzt mal Lepkiss. So, die letzte Mauer hat so eine Tradition bekommen, was super ist. Du gehst mal nach... Alvi, bla bla. Ähm... Genau noch mal zum Stream. Ähm... Wir haben danach auch, ähm... ...East Shade gespielt. Ähm... Das ist so ein, ja, künstlerisches Spiel. Also, äh, voll das schönes Spiel eigentlich. Also, voll ruhig und... Also, man ist quasi ein gestrandeter Künstler. Und geht in die Natur raus und malt die Natur dann. Und verkauft die Bilder. Also, ja, ruhig und schön. Und, ja, genau. Und, ähm, jetzt am Donnerstag ist der nächste Stream. Also, er fängt wieder um, ähm, um... Äh, 15 Uhr an. Und geht wahrscheinlich bis, äh, 18 Uhr. Also, das war jetzt, äh, Montag so. Und vielleicht, ähm, ja, wahrscheinlich machen wir das am Donnerstag genauso. Also, allgemein, die Streamzeiten sind jetzt immer Montag und Donnerstag. Also, erst mal. Ich muss mal schauen, wie das ankommt. Und, äh, ja, dann sehen wir mal. Ähm, ja, also Spaß machen tut es mir auf jeden Fall. Werde ich auch auf jeden Fall, ja, weiterhin machen. Und, äh, Donnerstag ist eben jetzt, äh, so eher wahrscheinlich was für euch. Also, ähm, Donnerstag, äh, will ich Strategiespiele spielen. Oder, ja, vielleicht Action-Spiele auch. Und, ähm, da können wir, wenn ihr wollt, ähm, ja, Rome to War spielen. Und zwar würde ich euch dann eben eine neue Kampagne, also mit einer neuen Kampagne mit euch starten. Und, ähm, ja, und dann zusammen schauen, wie der Anfang ist, wie, äh, wie, ja, wie das alles einfach ist. Genau. Äh, du bist dran, 70. Ja, ja, dann lassen wir dich mal. Äh, ohne Frau und so weiter. Genau. Also, wir, äh, ja, aber das kann ich ja automatisch machen. Heute ist es nur die Garnison, das, äh, ist egal. Das ist wurscht. Ähm, ich werde auch, äh, die nächsten Tage, also bis nächsten Montag, ähm, das letzte, äh, oder das, den Stream aufteilen. Ähm, und, äh, warte mal. Nur Medien. Ähm, aufteilen und, äh, Eastshade eben auch hier auf YouTube hochladen, damit, äh, falls ihr, ähm, ja, das verpasst hat oder keine Zeit mehr hattet, das anzuschauen, äh, könnt ihr dann eben, äh, bis zum nächsten Montag das nachholen. Wenn es euch interessiert. Also, ist ja nicht jeden sein, seins. Ähm, genau. Dann, spielen wir einfach mal weiter, ne? Einsatz von Söldnern, nö. Äh, Rang erhöhen. Rang erhöhen, äh, sabotieren. Angelegenheiten erhalten, das ist egal. Sieben Runden bis zur Kapitulation. Dann hole ich mir mal die, äh, diese, diese Wüstenstadt und gehe danach hier hoch, weil sieben, sieben Runden werde ich doch aushalten. Ähm, sieben Runden werde ich aushalten. Ähm, die Frage ist nur, ob der, das einnehmen könnte. Ähm, ich glaube nicht. Dann gehe ich mal hier weiter und dann nach da. Du scottest mal hier runter. Mhm, da hat er noch was. Sogar Elefanten. Äh, Forschung. Forschung, Forschung. Gut. Du gehst mal hier weiter. Aha. Dann werde ich mal die, ähm, Armeen durchswitchen. Ah, warte, ne, äh, du gehst normal hin und kreist an. Sind die so viel besser als meine? Also, er hat wieder die, die Sperrkämpfe, die, ähm, mit den blöden Sperren. Ähm, also, wo er sperren? Aber ich greife mal an. Also, ja, da wollte ich gerade sagen, also, wenn er schlau ist, geht er aus der Stadt raus. Weil in der Stadt, ähm, sind Griechen einfach, op. Hm. So. Es ist Winter und der geht da hoch. Auf den Hügel hoch. Okay. Hat er gerade gekallt gerufen? Nee, wahrscheinlich nicht. So, dann, oh, warte, warte, stopp, 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 stopp. Er hat hier volle, keine, Abwehr, Sachen hingetan. Wieso hat er hier, ach so, will er hier hoch, warte mal. Das wäre natürlich dann super interessant, aber ich glaube nicht, dass der, also die KI das versteht. Ja, doch. Okay, die KI versteht es sogar. Hm. Also, sie versteht es sehr gut. Bürgerkavalerie. Ja, Kommandant. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, einfach. Okay, einfach die KI ein bisschen verwirren. Das ist ja jetzt, äh, auch wirklich voll verwirrt. Das ist, äh, gut für mich. Der checkt es echt nicht. Ich will doch nur die nach vorne holen. Alter, der, der kann von da schießen. Spantan. Ich erwarte eure Befehle. Stopp, wenn der Geschwindigkeit. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Steil. Bereit. Auf fliegt. Falt aber. Zu befehl. Spantan. Spantanische Piken. Steils, leunerach. Falt aber. Wir erwarten voller Befehle. Auf fliegt ihn bereit. Bereit zum Einsatz. Falt aber. Ausrücken. General. Ich erwarte eure Befehle. Fiegt die Infantriebelein. Speere, bereit. Schneidet sie in Stücke. General. So, die schießen wir halt da rein. Schießen. Die, die, ja, nee, die kann hier nichts machen. So, einer reitet da rein, einer da rein, einer da rein. Und einer da rein. Die haben sich nicht in, eine Verlanzgebühr. Gebildet. Mit Ü. Was macht ihr denn da? Das ist ein bisschen demotiviert, leider. 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 jonget's hier. players. Du wartest alle befehle. Unser general wird angegriffen. Die Geniere erwartet eure Befehle. Sparta, General, ihr erwartet eure Befehle. So, wer hängt mal da aus? Da hängt es jetzt, der... ...deut ihr die Wunnen am Runde, das ist natürlich nicht so... ... ... ... ... ... ... Also, ja, ja, egal. Ähm... ... hab' ich gerade überlegt, ob er das Sinn macht, weil der ist ja hier nur äh... ...heteran... ...äh... 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 ...aber in diesem Fall hier lohnt es sich, glaub' ich schon. So, die gehen mal hier hin, die brauch' ich dann bald. ... 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 Und dann würde ich sagen, bis zum Donnerstag auf Twitch oder wieder hier. Genau. Macht's gut. Bye-bye. Tschüss.